Evo! Bist du bereit für das Turnier? Ja. Ich bin bereit. Gut. Gucken wir mal. So hab ich noch nie gekämpft. Geh weg! Reiz dich nicht! Warum soll ich dich nicht reizen? Mit einem Mitstreiter macht es doch gleich viel mehr Spannung. Mit den Schädeln, das ist für komisch. Weil die halt zu wenig Schaden nehmen. Oh, ich bin gleich raus, wenn ich mich aufrasse. Boah. Mit Schädeln ist gleich wieder ganz anders, ne? Servus. Er hat mich gar nicht erwischt. So Abstand halt nicht. Okay. Aber mit Schädeln ist schon was anderes, ey. Stille. Weil ich nicht mehr Schädeln kämpfen. Fuck. Geh einfach woanders hin, ja? Wow. Bei Affen, die einen nerven. Wow. Wenn du gleich zwei Leute auf dich kriegen, ey. Oh, ho, 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 ho. Hm? Wow. Bin raus. Okay. Pech gehabt. Hier ein paar Marken. Ruh dich aus und komm wieder, wenn du dich erholt hast. Okay, Schilder ist nix für mich. Also Schilder ist halt echt nix für mich. Mehr geh ich da durch. Wie viele Marken hab ich jetzt eigentlich? 200. So ein paar bekommen. Wie ist diese Opfergabe? Ein Festmahl und ein paar Heldentaten sollten alle in die richtige Stimmung bringen. Ich rufe ein Festmahl im Lagerhaus auf. Ah, okay. Ich hab wohl noch einiges zu tun, um Körper und Verstand zu stehlen, ehe wir ferne Küsten überfallen können. Kaufe etwas in Norvids Lager. Lager. Ich habe mit Siegfried gekämpft. Guten Tag, Norvid. Eivor, sei gegrüßt. Was hast du denn für uns? Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich um. Hab schon wieder vergessen. Wachturm, okay. Ich rufe mir den. Ich muss los. Bis bald. Bis bald, Eivor. Ich habe mit Siegfried gekämpft. Den berüchtigsten Wikinger im Frankenreich. Der Tod tropft ihm wie Schweiß von der Stirn. Und besiege Eivin in einer Runde? Das habe ich da auch angeklebt. Wir werden unsere Vorräte aufstocken müssen, wenn wir auf so eine lange Reise gehen wollen. Wir brauchen Proviant und Materialien. Fange einen Fisch. Ich sollte nachsehen, was es in der Siedlung zu tun gibt. Ach, jedes Ding hat was Eigenes. So. Ein Festmahl und ein paar Heldentaten sollten alle in die richtige Stimmung bringen. Okay. Äh. Das ist Schweine. Ich mache mal das. Das sieht nach dem verunglückten Schweinekarren aus. Ihre Spuren führen in den Wald. Hilf mir. Sei in meine Augen. Ah, okay. Da sind sie. Jetzt pfeifen. Und hoffen, dass sie mir vertraut. Wie der Bauer die Schweine wohl abgerichtet hat, auf ein Pfeifen zu hören. Hm. Ich muss sehen, was du siehst. Ich habe aber noch nicht alle drei. Boah, wie weit sind die unterwegs? Kann ich die auch eins hinweg bringen? Ja, ne? Ich habe keine Lust, die irgendwie doch unterwegs zu verlieren. Deswegen bringe ich die mal lieber eins hinweg. Man weiß ja nicht, was unterwegs passiert, ne? Boah. Hallo. Äh, äh. Komm her, Schweinchen. Ein Schwein hätten wir. Das hätte er doch selbst machen können. Ich hätte mir keinen Bock dazu. Kriegsbrief 1. Das bin ich gefunden. Ich wollte schon sagen, das kommt nur noch zuerst hinterher. Dann wäre das unnötig gewesen, aber gut. Was siehst du? Vorne ist noch eins. Ach, wo wäre denn das voll? Da ist noch eins. Hallo. Die Zeit der Raubzüge ist da und ich jage Schweine durch den Schlangen. Vielleicht hatte Dark recht. Was wird das denn? Ist das Schwein? Da. Das letzte ist irgendwo da. Ach, da ist es. Irgendwo. Hallo. Na komm hier. Brav. Ach was. War ja klar. Wo rennen die hin? Na komm her. Zu mir. Brav. War klar. Genau das, was ich meinte. Na, immer noch in dem Meer. Ja. Nein. Okay. Das haben wir. Zwei kleine Opferschweinchen. Das sollten alle gewesen sein. Ey, wurschweinsmal. Her, all deine entlaufenden Schweine, gesund und munter. Haha, danke. Ich habe neue Stiefel und konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie schmutzig werden. Hier sind die versprochenen Marken. Aber ich finde, du hast dir auch das Recht verdient zu wählen, welcher Gott das Opfer erhalten soll. Okay. Okay. Hm. Hm. Du siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Wer ist das? Und wie macht man das dann bitte? Na ja, keine Ahnung. Ach so. Fackelnzünd für die Gottheit der Wahl. Ach so. Okay. Wollte ich nicht. Bleib weg. Oh. Ich mach den hier. Das wollte ich auch nicht. Ich drück grad schon wieder. Nur falsch. Wir opfern dir dies, tapferer Balder. Mögest du unsere Herzen mit Mut erfüllen, wenn wir ferne Länder erobern. Okay. Abgeschlossen. Mal gegen den Kopf geworfen. Mal gegen den Kopf geworfen. Komm schon. Würfeln hat noch niemandem geschafft. Für Erlük ist immer Zeit. Ava! Willst du dich messen? Ich wusste nicht, dass du spielst. Ich habe es von einem nordischen Händler gelernt und bin mittlerweile recht gut. Wahrscheinlich bin ich der beste Spieler in Hefnathorb. Große Worte. Bist du bereit, sie mit Taten zu untermauern? Gerne. Sollen wir gleich beginnen? Das schaffe ich doch eh nicht. Wir wissen ja, wie schlecht ich bin. Also gut, dann mal los. Mach dich bereit, Eivor! Okay. Aha. So. Ungefähr weiß ich noch, wie das funktioniert. Klar. Zappel, zappel. Ähm. 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 Wie war das? Ähm. Wie war das? Outsch! Outsch! Mh, geht es, ne, zwei. Guck mal, war das? Ich hätte ja noch zwei dann. Ach ne, ich hab mehr dann. Ups, ich werde vergessen, dass war. Egal. Machen wir mal so, zack, zack. Das ist mies. Okay. So, ich bekomme, man mal, ich hatte jetzt hier wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und er klaut mir keine. Habe ich wahrscheinlich auch verzählt, vielleicht mehr. Passt aber. Okay, zwei Schilde. Wow. Okay. Viele einfach... Klaut mir alle. Nee. Wie viele habe ich da? Zwei... Zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun habe ich da. Und der klaut mir zwei, vier, fünf. Also habe ich vier Stück. Ja, fünf Stück habe ich. Vergess mal diese Hand mit zu zählen. Jetzt heilt er sich. Okay, zwei, vier, fünf. Fünf, fünf, sechs, sieben, also sechs Stück habe ich. Ja, leid normal, so. Wie Gesundheit oder sicher. Okay. Okay. Ja. Ich muss ihn halt versuchen, so zu erledigen. Ähm, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 Stück hab ich so, weil er mir wieder 2 klaut. Ach, ja, er hat ja angefangen und so. Keine Ahnung, ich hab mich irgendwo wieder verzählt. Ja, ich hab mich. Und gewonnen. Viel zu leicht. Du hast mich gedemütigt, Eivor. Können wir erneut spielen, damit ich meine Würde zurückgewinnen kann? Das ist genug, Örlück, für heute. Ja, reicht mir jetzt auch. Oh, erst mal überlegen, überlegen, überlegen. Was war da eigentlich? Was für das war das? Was ist hier? Hallo. Wenn du dich deinen alten Freunden stellen willst, bin ich jederzeit bereit. Gut. Ich gehe voran. Achso, das war das. Ich will, dass du... Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Ich möchte es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommen. Tschüss. Okay, er bleibt da stehen. Ich möchte das jetzt nicht machen. Hm. Hier hätten wir das noch. Machen wir da einmal weiter. Mal gucken, wie das auf... Wie das sich ergibt, oder was aufgibt. Keine Ahnung, ich kann Schmidt nicht sprechen. Was hier so abgehebelt. So, das wollte ich sagen. Okay. Dann gucken wir mal. Aber vorher stand das Ding sowieso nicht da. Ist halt neu. Ich wollte mal was gucken. Nee, Punkt hatten wir nicht. Aber kam nicht noch was dazu jetzt? Oder kommt da jetzt was zu mit... Nee. Da oben. Okay. Was? Was? Was kam denn da jetzt noch zu? Okay. So ein paar Punkte zum Verteilen. Alles klar. Was ist das? Halt dran. Sprung. Ah, Stoß. Okay. Was haben wir hier? Wehtun's Herz. Beschwer die Lebenskraft von Idun. Stell passiv, küsse dich herlauernde Gesundheit mit Kürzverzügen wieder her. Okay. Was haben wir hier? Überlebensinstinkt. Halte bei... Unter einer dritten Gesundheit. Gedrückt, um dich etwas zu heilen. Okay. Was haben wir hier? Wolfskrieger. Kämpfe mit wachsender Wut, während sich der Tod nähert. Dein Schaden erhöht sich, je niedriger deine Gesundheit ist. Mhm. Hier haben wir... Linke Finger. Aevor kann nur Beute in der Nähe mit einer raschen Handbewegung einsammeln. Okay. Kann nun. Ich hab nur zuerst gelesen. Alles klar. Kriegslust. Wikinger leben für die Schlacht. Du heilst Adrenalin, solange du dich in Kampf befindest. Oh ja. Okay, das brauchen wir. Das machen wir also als erstes. Sehr gut. Ich find's doch mal gut, wenn da noch mehr dazu kommt. Der Baum ist ja noch nicht groß genug. Da müssen wir kämpfen jetzt. Meister Herausforderung. Ben Luke kann Außenposten. Wovon es wäre es? Mois oder Raben? Mach mal Flinkheit. Regeln der Prüfung. Du verdienst, je nachdem du dich in der einzelnen Prüfung schlägst, Punkte, die du gegen Belohnung eintauschen kannst. Bugaheim stattet. Bugaheim stattet dich mit Ausrüstung und Fähigkeiten aus, die du zum Bestehen der Prüfung brauchen wirst. Sie gehen aber nicht in deinen Besitz über. Punkt der Aufrüstung. Punkt der Aufrüstung. Eine Aufrüstung über die Vergabe von Punkten für die Belägeaktion. Abzeichen und Belohnung. Zeige die benötigten Punkte für jedes Abzeichen. Fahre darüber, um die Belohnung zu sehen. Ausrüstung. Dies ist die Ausrüstung, die du für diese Herausforderung tragen wirst. Fahre darüber, um mehr Informationen zu erhalten. Fähigkeiten. Dies sind die Fähigkeiten, die du für diese Herausforderung haben wirst. Fahre über die auch. Neue Schwierigkeit. Der eingestellte Schwierigkeitsgrad wird für die Dauer der Prüfung verändert. Danach wird wieder auf den von dir gewählten zurück. Okay. Hm. Und dafür brauchst du diese Punkte hin. Okay. Das ist sehr cool. Ich finde es geil, so was. Neue Sachen dazu. Okay. Das ist... Das ist geil. Bei den Göttern. Als träumte ich und wäre doch wach. Hm. Ich fühle mich gut. Schalte alle Erwachen aus. Kann dies wahrlich das Werk meines Geistes sein? Ja. Vielleicht. Ach toll, ich treffe nicht, oder? Der ist es weg. Jetzt weiter. Leute. War für jemand so? Ach, gar nicht. Ist viel zu weit weg. Hallo. Ich komme, Leute. Dann kommst du nicht. Das ist alles entzündlich, ne? War ich nicht. Wo noch wer? Was ist da hinten? Tschüss. Tschüss. Autsch. Zack. Ja, ihr nervt. Ich komme noch schon, Freunde. Da ist noch einer. Hab dich. Da ist ja noch einer. Hallo. Bleibt doch was stehen. Ja, ist ja gut. Tschüss. Zack. Da ist noch einer. Autsch. Tschüss. Komm, der hier. Der Schuss eben. Spürst du meinen Atem im Nacken? Soll ich denn? Atem. Hallo. Zack. Tschüss. Mach hi. Das ist ja noch einer. Tschüss. Stürf. Stürf. Tschüss. Gottes Urteil, entkommst du nicht. Nein. Gott verflucht dich. Ach, da ist ja noch einer. Ich hab vorbeigeschossen. Toll. Renn. Wo sind denn noch welche? Ich seh den irgendwo nicht. Hm. Irgendwo ist es dann. Da habe ich keine Ahnung. Ja, du. Du, 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 du. Da war da drüben. Das machen wir da wohl. Ich seh nichts. Ja, Ava. Was gibt's? Was weiße. Oh. Ich habe genug Belohnung, die ich ansammeln kann. Also Leben. Hallo, na du. Da ist auch noch einer. Da ist irgendwann noch einer. Sind das nur noch zwei? Was ist das denn? Mitten drin? Oh, das funktioniert wahrscheinlich da schon nicht. Hallo, mein Freund. Na, tschüss. Ja. Du auch noch? Brenn. Fertig. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Fast. Fast. Das ist ganz cool. Untertitelung des ZDF, 2020